Moin Leute, heute teste ich eine relativ unbekannte Powerstation, aber das Teil hat mich tatsächlich echt überrascht. Es geht um dieses Ding hier, eine Alpha ESS BlackBee 1000 oder sowas. Das Teil kostet 1200 Euro, hat ungefähr eine Kilowattstunde an Speicher. Ja, das kann man nutzen, wenn einmal der Saft ausfällt, also irgendwie Stromausfall ist, dann kann man noch ein paar Dinge damit laufen lassen. Eine Kilowattstunde ist nicht mega viel, aber ein paar Sachen kann man damit noch laufen lassen. Beziehungsweise auch das Licht vom Gerät selbst nutzen, das ist erstaunlich hell und leuchtet eigentlich gut aus. Also das fand ich echt cool. Also hier könnt ihr sehen, es ist halt wirklich ein relativ breites Licht. Also ich habe es teilweise echt ganz gut verwenden können, ist echt praktisch. Oder halt fürs Camping, um dort ein bisschen autarker unterwegs zu sein. Denn man kann auch Solarmodule dranhängen und dann hat man halt ein bisschen Autarkie. Das ist halt nicht schlecht. Also fürs Camping ist glaube ich ganz nice. Die Leistung mit einem KW ist schon ganz okay. Also da dürfte man die meisten Geräte mehr oder weniger dran bekommen. Dafür aber relativ transportabel mit 10 Kilogramm. Okay, jetzt aber zum Eingemachten, denn bei mir gibt es kein Konsumergelaber. Das können andere besser als ich. Also wenn ihr hier irgendeinen hübschen Menschen sehen wollt, der mit strahlendem Lächeln und tiefen Ausschnitten USB-Stecker reinsteckt und sich vor Freude kaum halten kann, dann ist der Test mit Sicherheit nichts für euch. Fangen wir erst mal mit der Kapazität und dem Wirkungsgrad an. Ich habe beides gemessen und ihr seht jetzt hier, dazu lade ich die Kiste halt quasi einmal voll und messe, wie viel Strom ich verbraucht habe dafür. Also wie viel reingegangen ist. Das waren hier 1,47 Kilowattstunden und danach entlade ich die Kiste und schaue, wie viel ich dann rausbekommen habe und dafür nutze ich eine elektrische Heizung. Die lief circa bei 1 kW und am Ende kann ich dann halt sehen, wie viel Energie ich wieder entnommen habe. Und ihr seht jetzt hier, dass es circa 1,2 Kilowattstunden sind und das ist erstaunlich, da der Hersteller eigentlich nur eine Kilowattstunde angibt an Kapazität oder an Energieinhalt. Das sind also 20% mehr, als draufsteht. Das ist schon mal so echt fair. Normalerweise ist es eher umgekehrt. Das ist da meistens ein bisschen weniger, als draufsteht oder verdammt nah dran halt. Ja, wenn wir den Wirkungsgrad mal ausrechnen, dann sehen wir hier, liegen wir bei 81,6% und das ist tatsächlich bisher der absolute Rekord. Also bisher war EcoFlow mit 78% auf Platz 1, also das ist tatsächlich schon ziemlich krass. Aber man muss auch sagen, dass das Teil halt nur mit 230 Watt lädt und das ist verdammt wenig. Also es dauert halt gute 6-7 Stunden, bis die Kiste voll ist und das dürfte auch den Wirkungsgrad positiv beeinflusst haben. Also die anderen Geräte, die ich bisher getestet habe, konnten relativ zur Kapazität gesehen mit erheblich mehr Power laden. Also trotzdem ist das alles immer noch sehr, sehr gut. Nur das Laden dauert lange, das muss man sich halt dann auch bewusst machen. Okay, so ein Teil muss einen sauberen Sinus liefern, also diese Schwingung, die da rauskommt, der ist Wechselstrom, sollte sehr sauber sein. Und das auch bei harten Umständen, also bei einem niedrigen Ladezustand und einer maximalen Last. Und genau das werden wir jetzt tun. 10% Ladezustand und ich drehe die Last komplett auf und checke, inwiefern sich der Sinus verändert dabei. Warum ist das wichtig? Naja, ich hatte tatsächlich mal einen Wechselrichter, der halt einen sehr stark verzerrten Sinus lieferte und hab so einen Flaschenwärmer, also für ein Kind quasi, da drüber laufen lassen, also drangeschlossen. Und das Teil fing dadurch an zu rauchen, das ist halt schon krass. Also das ist jetzt der absolute Worst Case, aber es ist nicht gut, ne? Also viele Geräte haben das nicht so gerne. Jetzt sehen wir hier, dass die Amplitude des Sinus einbricht und das auf ca. 209 Volt RMS. Das wäre laut Norm sogar noch gerade innerhalb der Toleranz unserer Netzspannung. Andere Geräte, die ich bisher getestet habe, haben diese starken Einbrüche jetzt nicht oder weniger stark. Verzerrt ist es rein optisch allerdings nicht. Ich kann es allerdings mit meinem einfachen Oszilloskop nicht ganz genau quantifizieren, aber optisch ist der Sinus in Ordnung. Bei schlechten Powerstations sieht man tatsächlich sehr krasse Abweichungen, also wirklich Knicke oder sonst irgendwie Verzerrungen im Sinus. Also unterm Strich kann man jetzt hier sagen, ist alles in Ordnung. Der Einbruch ist relativ stark, aber ist noch innerhalb der Toleranz. Das heißt, die meisten Geräte sollten da eigentlich keine Probleme mitbekommen. Ja, schauen wir jetzt mal rein und schrauben die Kiste auf. Als erstes interessieren mich immer die Akkus, beziehungsweise welche Zellen sind im Inneren. Ich habe beim Hersteller mal angefragt und die haben mir tatsächlich Auskunft gegeben und haben gesagt, dass es sich um DBK-Zellen handelt. Und das ist ein chinesischer Hersteller und soweit mir bekannt ist der auch ganz in Ordnung. Es handelt sich exakt um die Zellen DBK INR 20650A mit 3,2 Amperestunden oder 3200 Milliampere Stunden. Daten oder ein Datenblatt konnte ich dazu leider keine finden. Deswegen weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht viel mehr darüber. Was allerdings echt kurios ist, das sind die Herstellerangaben. Ja, hier wird es merkwürdig. Und zwar hat der Hersteller auf seiner Webseite ja 1036 Wattstunden angegeben. Also ungefähr eine Kilowattstunde. In deren Video, ja, sieht man aber, dass es sich um ein 3S30P-System handelt. Also 3 in Serie und 30 parallel geschaltet von den Zellen. Also es müssten 90 Zellen sein. Und das passt auch gut zu den Angaben. Wenn wir jetzt mal ausrechnen, 3 mal 3,6 Volt mal 3,2 Amperestunden mal 30 Zellen parallel, dann kommen wir genau auf die 1036 Wattstunden. Das würde heißen, die Nominalspannung läge eigentlich hier bei 10,8 Volt. Also wenn irgendwie bei so einem 12-Volt-System würde man das jetzt noch gerade so nennen. Ich habe halt nachgemessen und die Spannung liegt bei 19,45 Volt. Und das bei einem niedrigen Ladezustand. Also das ist komisch. Da passt irgendwas nicht. Also es sieht eher so aus, als hätten wir hier ein 24-Volt-System. Und ich habe es da nochmal genauer angeguckt und es sind tatsächlich 7 in Serie. Und irgendwie um die 90 Zellen muss es insgesamt ergeben. Ich kann es nicht genau sehen, weil ich in das Innere der Zellen nicht reingucken kann. Also in den inneren Block. Vermutlich ist es also ein 7S13P oder ein 7S14P-System. Das heißt 91 oder 98 Zellen. In beiden Fällen wäre der Energieinhalt höher als angegeben. Und das würde auch zu meinen Messungen passen. Also das ist halt echt witzig, weil vermutlich ist die Kiste besser als angegeben. Und der Hersteller hat einfach verpeilt, das anzupassen. Das finde ich ja ungewöhnlich. Aber okay, ja die Zahlen lügen nicht. Was ebenfalls noch erwähnenswert ist, die Kabel im Inneren waren nicht beschriftet. Also deswegen kann ich nichts zu den Querschnitten und Stromstärken sagen. Interessant war aber schon, dass die Kabel halt keine Silikonhülle hatten. Das heißt, die sind bei hoheren Temperaturen anfälliger. Das ist nicht schlimm, wenn die entsprechenden Querschnitte eingehalten wurden. Das weiß ich aber tatsächlich leider nicht. Die Kabel sind relativ dick, aber ich kann es einfach nicht genau sehen. Also auch nicht nachmessen. Ich habe es probiert, aber das ist zu ungenau. Ja, wie immer die Frage, bin ich gekauft? Nein, ich habe für den Test kein Geld bekommen oder genommen. Ich lehne das grundsätzlich ab, um meine Unabhängigkeit hier zu wahren. Der Hersteller hat aber auch nichts versucht. Also es war insgesamt relativ entspannt. Kommt sehr gerne vor, dass mir Geld angeboten wird. Auch teilweise sehr hohe Summen. Wenn ich dann schneller mache oder die Aussagen in eine bestimmte Richtung treibe. Das Gerät werde ich im Namen der Firma spenden. Da es in meiner Bekanntschaft einige Leute gibt, die in ärmeren Ländern und Krisengebieten helfen. Also als Arzt, Entwicklungshelfer und teilweise echt krass. Also wirklich mit sehr, sehr hohem Risiko. Vielleicht kriege ich mal einen noch ins Interviews. Die Leute können das Teil tatsächlich gut gebrauchen. Da ist der Einsatz sehr sinnvoll und hilfreich. Und ich weiß halt, wo die Teile landen, weil ich die Leute halt auch ein bisschen kenne. Und dass sie da wirklich helfen. Also es ist einfach so eine emotionale Entscheidung von mir. Fühle ich mich einfach wohler mit. Würde ich das Ding kaufen? Naja, also ehrlich gesagt, grundsätzlich, ich würde nie eine Powerstation kaufen. Weil die sind mir einfach viel zu teuer. Vor allem für die gebotene Leistung und die gebotene Energie, die sie liefern können. Und ich habe persönlich auch selber gar keinen richtigen Einsatzzweck dafür. Abgesehen davon, wenn man es jetzt doch irgendwie brauchen kann und das nötige Kleingeld hat. Was ich geil fand, ist halt echt die Lampe von dem Ding. Also die fand ich wirklich nützlich. Ich habe die einfach echt immer wieder geholt. Also ohne darüber nachzudenken, habe ich es einfach geholt, weil es irgendwie am Abend mal geil war, wenn ich an der Elektronik rumwerkeln wollte und es dunkel war. Da hat die echt ein gutes Licht geliefert. Das fand ich echt ziemlich cool. Für ein Licht ist das allerdings ein bisschen teuer. Da gibt es sicherlich günstigere Lösungen. Und der höchste Wirkungsgrad, den ich bisher gemessen habe, hatte das Teil aber. Und zwar mit 81,6. Und das ist echt 1A mit Sternchen. Also wirklich richtig, richtig gut. Bisher war EcoFlow hier Spitzenreiter mit 78%. Allerdings haben die Schnellladefähigkeit, muss man fairerweise sagen. Das geht viel schneller. Und das Laden bei dem Ding hier dauert nämlich 6 bis 7 Stunden. Das ist ein bisschen kacke. Ebenfalls so nicht ganz so toll. Es ist jetzt nicht dramatisch, aber bei hoher Leistung bricht die Ausgangsspannung von dem 230 Volt Ausgang relativ stark ein. Ist aber noch im Toleranzbereich. Also es wird keine Probleme bereiten. Der Sinus ist rein optisch aber sauber. Also hat keine Verzerrung, die ich jetzt sehen konnte. Von daher würde ich jetzt sagen, ist kein Drama. Alles noch in Ordnung. Und ich habe es wirklich bei Maximallast getestet und bei einem sehr niedrigen Ladezustand. Also es ist der härteste Tester geht. Infos über die Akkus und die Kabeldicken konnte ich leider nicht wirklich finden. Mangels Beschriftung. Also ich hatte den Akkutyp zwar gefunden, aber keine weiteren Informationen dazu bekommen. Sicherheitsmäßig und auch was die Qualität der Akkus angeht, kann ich also keine Aussage treffen. Alles in allem für mich jetzt aber eigentlich ein erstaunlich gutes Gerät. Wenn man auf die Schnellladefähigkeit verzichten kann, kann man echt machen mit dem Ding. Also sonst alles tip top, soweit ich das sehen konnte. Preislich liegt es im Mittelfeld. Wobei ich, wie gesagt, alle Powerstations für völlig überteuert und überflüssig halte. Aber das ist ein anderes Thema. Und ich sage dann alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen oder geholfen hat, lasst mir gerne ein Abo da und ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020